Dies wäre der größte Skandal, der die britische Königsfamilie je getroffen hat. Ein Erwachsenenfilm eines Mitglieds der königlichen Familie, öffentlich gemacht, für jeden sichtbar. Genau diese Katastrophe war anscheinend näher als gedacht. Das behauptet nun Kevin Blatt, der sogenannte T-Brucker. Er sagt, es existiert ein Video von Meghan Makele. Autor Kevin Blatt, ein Spezialist der Online-Erwachsenenindustrie, führt einige Materialien auf privilegierte Telefongespräche und private Treffen mit Anwälten zurück. Ein ehemaliger PR-Manager in der Erwachsenen-Unterhaltungsbranche. Blatt machte sich einen Namen, indem er das Erwachsenen-Video von Paris Hilton veröffentlichte und viel Geld verdiente. Er war auch daran beteiligt, Kim Kardashians privates Video ans Licht zu bringen. In der Zwischenzeit hat er sich jedoch auf ein anderes Thema spezialisiert, nämlich darauf, zu verhindern oder zu behindern, dass solche Videos öffentlich werden. In einem Interview im Podcast Your Mom's Home plauderte er aus, jetzt diese heikle und sensible Geschichte. Kevin Blatt behauptet, es gebe ein Video von Meghan Makele. Es gab ein Video, in dem eine Frau Meghan von ihren Koffertagen kannte und stark darauf hinwies, dass sie bei einem Golf-Turnier von Prominenten versteigert und herumgereicht wurde. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr rief die Frau ihn an und fragte, ist das eine sichere Leitung? Dann erzählte sie ihm alles. Ein Typ hat mir vor vier Jahren ein Video von einem Model oder einer Schauspielerin geschickt. Es zeigt sie in einer peinlichen Situation, bei dem, was sie tut. Blatt fragte dann, ob der Mann bekannt sei. Die Anruferin sagte, er ist ein Fotograf aus Florida. Obwohl der Name der Frau, die im Video zu sehen ist, nicht genannt werden sollte, beharrte sie darauf. Ich habe ihr gesagt, dass sie mir das sagen muss, bevor ich meinen Anwalt und andere Leute einschalte. Dann ließ die Anruferin die Bombe platzen, ihr Name ist Meghan. Sie wird bald einen Prinzen in England heiraten. Kevin Blatt, ich weiß, was ich gesehen habe. Die Moderatoren der Show konnten es nicht glauben, aber die Geschichte ist nicht wahr, aber Blatt behauptete, sie sei wahr. Ich kann Ihnen den E-Mail-Verkehr zeigen. Ich weiß, was ich gesehen habe, und meiner Meinung nach ist das Meghan. Kevin zeigte dann einen Screenshot eines Mädchens, dessen Gesicht vor vielen Jahren. Als sie in die Unterhaltungsindustrie eintrat, Meghan sehr ähnlich sah. Blatt klärte sofort auf, dies ist nur ein Screenshot. Ich hatte dieses Video auf meinem Handy, aber ich habe es nicht mehr. Es ist verschwunden. Nur diese Frau in Kanada hat es. Der Moderator sagte, dass einige finste Herzogen wütend seien und den Mann beschuldigen, Meghan zu verleumden. Sie denken, es handelt sich rein um ein Produkt der Bearbeitungstechnologie, und Blatt antwortete, das gibt es schon seit Jahren, weit vor Dipfix. Kevin Blatt ist im Laufe der Jahre auf vielen Plattformen aufgetreten und hat über dieses angebliche Video gesprochen, wurde jedoch nicht von dem königlichen Paar verklagt. Die Quelle plauderte aus, es handelte sich um ein Video von der Herzogin und ihrem damaligen Freund, einem Koch, und einem besten Freund, der es gesehen und anvertraut hatte. Sie waren ernsthaft miteinander involviert und lebten zusammen in Kanada. Die Mutter des Kochs dachte, dass ihre Beziehung zu einer Hochzeit führen würde. Wer weiß, es könnte ein weiterer Fall eines gestohlenen privaten Videos sein. Lady C ist eine der Personen, die das Video gesehen haben. Sie sagte das in einem Buch und glaubte, dass die Person, die in dem Video Erwachsenenhandlungen mit einem sehr gut ausgestatteten Mann macht, identisch mit Meghan ist. Sie spricht vorsichtig über die im Umlauf befindlichen Bänder in bestimmten Kreisen. Sie spricht darüber, wie die königliche Familie eine umfassende Recherche über sie durchgeführt hat, wie sie es bei engen Familienfreunden oder Frauen tun, die sie ebenfalls kennen, und versuchte, Herr zu warnen.